Ich glaube, ich habe einen Mond beobachtet. Okay, und wo war der? Bei den Schacht, bei den Dampfmaschinen. Okay, wir werden uns darum kümmern, aber wie sah die Person aus? Sie war komplett schwarz gekleidet. Eine andere Beschreibung? Schwarz-weiße Schuhe, lange Haare. Okay, noch irgendwie Hose oder so? War es eine Jeans-Chugginghose? Eine Jeans-Chugginghose. Okay, ja gut, danke, wir kümmern uns darum. Danke, dass Sie uns Bescheid gesagt haben. Hallo Fusi, wir haben einen neuen Mond. Wir treffen uns drüben bei dem Schacht, bei diesen Dampfmaschinen. Bis gleich. Ah, da ist ein Haar, hoffentlich ist das vom Täter. Frau Meier? Ja? Sie sind Beschuldigte in einem Strafverfahren. Sie müssen jetzt mitkommen auf die Wache. Hände auf den Rücken. Abfahrt. Und jetzt. 필 preached... So.